willkommen zurück zu einer neuen folie minecraft regrowth ein paar essenzen sammeln könnte ich mal langsam schauen was ich mit dem eigentlich machen kann was habe ich hier allium seeds kann ich damit irgendwas machen aliens ist das lila hat verstand die mit poppys sieht's kann ich rettags rettob sieht's machen das sind doch die poppys oder das ist ja perfekt was mache ich denn da hat mir ist auch vorbei so dass doch hier mit stich mit dein garden soil so die beiden sobald das dann ausgewachsen ist es muss ein shape crafting sein oder gibt es mit so auch nicht geht nicht muss schade gut dann geben wir noch mal durch die heute gehiser werden sich macht oder nicht getroffen einmal das soll ist dann die karotten malmücker doch enfin mal fertig geworden irgendwie das ist bei dem genauso okay weil ich das schnell mache so leicht sprunghaft aus so die kartoffeln kann ich glaube ich auch alle kartoffeln regen vor allem die kann ich ja dann auch alle den kompost schmeißen und bei den melonen die sind auch fast fertig ich darf nur das nicht machen das darf weg die beiden dürfen weg so blöhnchen genug für meinen kompost zusammen langsam wieder ganz viele sensen die auch noch mit noch mehr sind es nicht mit du das nicht mit aber hier auch langsam dass man das ganze feld abherrscht du du und du die dürfte mit tut das inzwischen auch mit zeugs hier da da so 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 die baggie noch daran wollte so viel ist das gar nicht genau die vergifteten noch essenz mitnehmen 2345 müssten nein bestimmt vier ist es ja ich brauche immer vier pro vier ist für das für ein weg ist es passt jetzt aber schlafen draußen ziemlich dunkel ich will ja nämlich doch die red top die die roten tulpen welcher nach wachsen lassen hat mal ich habe doch von es ist dann frage welches war denn die blumenquests hier könnte ich auch schon ein bisschen weitermachen medling was man es ist das da du wirst ein bisschen mehr gemacht dann koeling auf der welt nope what the world embraces nope so viel life of the world 8 glass matter gewesen dann habe ich das noch geschafft blumenquests hier ist das die 1 für alle 2 die du normalerweise bekommst ok Schocken Seeds, Blackberry Seeds, Orange Taubes Cactus Salmon Nein Bears can be a very useful resource and eggs might be just the basis you need to bring back other forms of life Next up, Chickens I hate these chickens So, nee, Life Level Mother World Nup 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 Was hat das? Was ist das? Was soll ich jetzt auch mal wachen? Barreling? Trying from experience Das ist so eine Art, ich sag mal Sortierung vermute ich mal Pipe Dream Wooden Engine Oh, Bildkraft Das ist das Pipe Zeeland Gott! Bildkraft schon evigliere Bildkraft gearbeitet Cutting Ips and Fluent Red Minion is well and good but there has to be a better way to achieve it that isn't quite so involved You think you might be able to construct some simple kinetic engines and some basic piping which can use the kinetic energy to move items from one place to another that are fairly a pipe seal and you should also be able to transport fluids too Ah, das ist das ganze um das ganz flüssig zu machen Flüssigkeit zu transportieren Also die die was früher Wie hieß denn das? Diese grünen Strings oder was es da waren wo man dann die waterproofed pipes machen konnte ich vermute mir das wird es sein ich weiß es nicht ich habe lange nichts mehr mit Pickcroft gemacht ich weiß nicht in welcher Form sich das ganze entwickelt hat So 1,2 Ich brauche immer was habe ich gesagt? 12 Das ist beinahe mal ein Stück Schatz Sinten aus Poppy Seeds Ne, will ich ja gar nicht Die Tulpen Ach, Moment ich bin ja auch doof ich habe das ja gar nicht zu Ende wachsen lassen Ach Gott, ich bin doch ein Ich bin ein Trottel Ich habe bestimmt den Kommentaren Braucht es überhaupt noch was? Ja schon Noch mehr Kompost Was ist denn Kompost hier drüben? Das ist unglaublich Stimmt, ich baue noch mehr von dem hier Warte mal Ne Ne Daneben Ne Ach Gott Wann klappt das nicht so? So Dann Mana Ne Zu 12 Ich habe irgendwie Angst, wenn ich das hier mache, dass die Enderflames aufgebaut werden Drei Drei Vier Vier So Ich hoffe, ich habe ein paar Lightgrays dabei gehabt Das ist Lightgray Das ist Lightgray Vier Stück Oh Nehmen wir eine Acht weitere Ich hatte dabei 30 Habe ich 38 Fehlen immer noch 5 Lightgray Demnach Ach Fasche Kiste Wichtig bei noch jedes Mal verwechsel Das ist die Botanierkiste So Dum 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 So Einmal zu viel gedrückt Ne Achts Asis Ist eigentlich Thumbcraft drauf? Kann mir irgendwann so kleine Helfe hier machen? Oder Eorman ist doch Acke-Craft drauf Ich sollte mich mit dem Mod mehr beschäftigen Gibt es doch bestimmt irgendwas was das ganze abern kann oder? also jetzt der viel kinder zu sprechen das kommt ein weiteres was sich gerade nicht du forsten wir mal weiter das buch das ist ja mehr so das natur ding ich könnte mal schauen ich werde die da ist jetzt brauche ich ja auch noch bräuch da ist sie sie mache ich die da ist jetzt schauen wir mal ganz kurz da sieht viele farben auch weiß gelb grau blau braun grün rot schwarz wie es entsetzend ich brauche acht farben habe ich das überhaupt habe ich schwarz ich habe keine ich habe kein schwarz aber in sex zählen auf oder ich habe vor dann kommt man ja doch gott Hoch, hoch, hoch. Oh Gott, ist das knapp. Puh, Glück gehabt. Wo sind die anderen Nitzel? Ich will nicht nochmal so weiter runter tauchen. Hab ich überhaupt einen... Ich hab einen Inkstack bekommen, okay. Das würde theoretisch für einen Dice Seeds ja reichen. Ach, ich mein, ich werd gar nicht aktivieren, schade. Okay, unter Wasser. Was haben wir hier eigentlich noch? Ja, hier haben wir nochmal Essenz Seeds. Ich kann doch mal die hier alle einsammeln. Draw Calamari, Raw Squid. So. Warte, also was brauche ich? Ich brauche schwarz, rot, grün. Schau mal, schwarz habe ich schon, schwarz. Rot, grün. Ähm, braun, blau, grau. Bei Braun fängt schon an. Braun. Ich hab nur Light Blue grad. Oh, Rainbow Eclipse, das ist ja eine... Das ist ein Zeppelin, keine Blume. Habe ich irgendwo blau. Magenta Die, Light Blue, Purple, Yellow, Pink, Ja. Das könnte eventuell blauer geben. Blau. Ähm, Braunbruch, falsch. Das ist ja Braunbruch noch. Und das andere war Grau. Grau, Gelb, Weiß. Grau, Gelb, Weiß. Ich brauche ein richtiges Grau, kein Light Grey. Können wir das denn nicht irgendwie braun machen? Braun. Was für jetzt Grau? Ah, Grau. Grau. Nein. Lavender, White, Altium, White, Bells, Blue, Bells, Black. Warte mal. Könnte man nicht aus schwarz und weiß grau machen? Gut. Aber jetzt nochmal ein weißes. So, und der Rest war... Zwei Weak-Essence und eine Essence Seed. Zwei Weak-Essence und eine Essence Seed. Und dann werde ich noch... Nein, davon brauchen. Gut, dann machen wir das jetzt noch. So, 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 so. Eins, zwei, drei. So, so, so. Eins, zwei, drei. So, so, so. Eins, zwei, drei. Die Zwei Weak-Essence noch. Eins, zwei. Dann... Das mit Stäbchen. So, Moment. Haben's gleich. Jetzt. Da sieht's. Schön. Und gehen jetzt mal ins Bett. Blame-Reward. Ach, komm, mach mal. Nehmen wir mal. Das Weak-Essence. Brauche ich gerade irgendwie mehr. So ein leichter Mangel darin. Oh, schon mal. Kann man die Zähne nehmen? Da kann ich auch gleich... ...das hier nochmal machen. Rainbow-Eucalyptus. So. Dann pflanzen wir das da auch noch irgendwo mit ein. Und das aber erst in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.